Nach Verlobung, Hailey E. Baldwin und Justin Turteln in New York Seit rund vier Wochen ist bekannt, Justin Bieber, 24, und Hailey E. Baldwin, 21, werden heiraten. Seit der Musiker auf den Bahamas ganz romantisch um die Hand seiner Modelfreundin angehalten hat, sieht man die beiden fast nur noch im Doppelpark. Verliebte Blicke Strahlende Gesichter und jede Menge Körperkontakt – über diesen Anblick der Stars durften sich nun die Mitarbeiter und Besucher eines amerikanischen Imbisses freuen. Immer wieder kuschelten sich und ganz eng aneinander, während sie auf ihre Bestellung warteten – süße Küsschen inklusive. Die Paparazzi schienen sie bei ihrer Tourtele-Offensive übrigens nicht zu stören. Im Gegenteil! Das Paar strahlte ganz bewusst in die Kameras. Kein Wunder, dass bei so viel guter Laune sogar noch Zeit für diverse Späßchen mit dem Restaurant-Mietarbeiter war. Wenn es nach den Blondies geht, darf wohl alle Welt an ihrem Liebesglück teilhaben. Ein genaueres Hochzeitstätum ist übrigens noch nicht bekannt, das es aber kaum noch erwarten kann, endlich zu ehelichen, machte er bereits vor wenigen Tagen klar. Auf die Frage eines Paparazzi, was bei ihm als nächstes anstehe, antwortete er schlicht, heiraten. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017